Was üblich ist, Hygienemaßnahmen bei Dentaprime sind wirklich sehr hochgeschrieben, auch die Hände muss man desinfizieren und dann kommt man in einen sehr großen Warteraum. Man hat eine persönliche Beraterin, die einen begleitet und dann nimmt man Platz und dann führt man den Dentaprime-Fragebogen aus und wird begleitet. Danach erhält man verschiedene technische Untersuchungen und von dieser Technik bei Dentaprime bin ich völlig begeistert, habe ich noch nie gesehen, also weder in Deutschland noch in der Schweiz habe ich sowas gesehen, diese 1A-Spitzenklasse.